Also es ist nämlich so, da gibt es diesen Herrn aus Berlin, den Herrn Dr. Sila, den ich schon sehe. Ich glaube, dass er mit mich, aber da ist diese andere jetzt leider, ja, da weiß ich nicht, ob er die nicht, weil dem schon auch. Und dann ist da noch der Leopold und ich, weil er mich. Verstehen Sie, was ich meine? Na ja, verstehe ich ja. Im weißen Bresse am Volkansitt, da steht das Glück vor der Tür, vor der Tür und ruft dir zu, und der Morgen dreht ein und verließ deine Sorgen. Das ist vielleicht ein Saftler. Seit meinem Dienst am Tritt kann ich nur noch an Sie trinken, vor lauter Sehzucht kann ich nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr schlafen, nicht mehr sitzen. Ja, aber reden können Sie. Ja. Was uns am meisten fehlt, das ist Herz. Ja. Was uns am meisten fehlt, ist Hirn. Wir sollten die echte Salzburger noch Kerle stellen. Der Schnucki bin ich. Leopold. Leopold. Sie sind bei mir. Doch nur als drüber hier. Und nicht als herzend Traumalien. Was ist das überhaupt für die blöde Dramaturgie? Jetzt kann man gut dran, kann man gut lustig sein. Und wie du sie spülen, alle ja. Wir sind bei mir. Wir sind bei mir. Wir sind bei mir. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Und wie du siehst du für die blöde Dramaturgie? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR